Großartig! Du bist zurück! Lass uns beginnen! Holen wir uns dieses und... Das hier ist eine echte Herausforderung. Dafür brauchst du fünf Ponys. Rainbow Dash! Ponys auf zur Rettung! Anstatt durch Manhattan zu hetzen, könnten wir vielleicht mit dem Taxi fahren. Ein gestohlenes Fensterstück wurde gesichtet. Die Jagd geht los! Fast geschafft! Aufgepasst! Es wird Zeit, ein Pon... Mit Äpfeln kann Applejack Dinge umwerfen, die schwer erreichbar sind. Du hast es geschafft! Du holst auf! Was jetzt? Es wird Zeit, dass Rainbow Dash Dinge von oben niederfallen lässt. Großartig! Ja! Ein... Aufgepasst! Mehr als nur ein Pony kann dir helfen. Rarity ist ein wahrer Schatz. Sie findet alle möglichen fast gut gemacht. Aber wir müssen immer noch weitersuchen. Du holst auf! Oh nein! Wenn etwas kaputt ist, kann Rarity es wieder reparieren. Nicht schlecht! Aber es gibt keine Zeit zu verlieren. Ja! Einen Schritt weiter! Was jetzt? Es gibt keine Zeit... Hebe mit Rainbow Dash in die Lüfte ab! Wir verlieren es! Es entkommt! Du holst auf! Aufgepasst! Aufgepasst! Es wird Zeit, ein Pony auszuwählen! Rainbow Dash! Ist da oben etwas? Kannst du es sehen? Schau dich ganz genau um! Es ist fast weg! Gute Arbeit! Fast geschafft! Oh nein! Mehr als nur ein Pony kann dir helfen. Twilight Sparkle! Oder Fluttershy! Twilight Sparkle kann Dinge mit ihrer Magie bewegen. Bewege den Gegenstand mit deinem Finger an die richtige Stelle. Gut gemacht! Aber wir müssen immer noch weitersuchen. Das Wechselpony darf nicht zu viel Vorsprung haben. Ja! Einen Schritt weiter! Was jetzt? Es gibt keine Zeit zu verlieren. Rarity! Oder Twilight Sparkle! Hier ist etwas versteckt. Suchen wir danach. Großartig! Fast geschafft! Oh nein! Es ist Zeit, dass Fluttershy und ihre Vögel den Feind mit ihrem Lied zum Schlafen bringen. Nicht schlecht! Aber es gibt keine Zeit zu verlieren. Aber es gibt keine Zeit zu verlieren. Ja! Ein Schritt weiter! Was jetzt? Aber es gibt keine Zeit zu verlieren. Mehr als nur ein Pony kann dir helfen. Bring die Ziehbrücke herunter. Gute Arbeit! Kannst du nicht mehr. Auch das ist hier. Aber es ist sehr gut. Dann geht's. Juhu! Bringen wir es dahin, wo es hingehört. Ein weiteres Stück gerettet. Gut gemacht, Ponys. Ein gestohlenes Fensterstück wurde gesichtet. Das hier ist eine echte Herausforderung. Dafür brauchst du fünf Ponys. Pinkie Pie! Twilight Sparkle! Die Jagd geht los! Puh! Everfree riecht irgendwie richtig böse. Holen wir uns dieses Buntglasstück. Wir lassen dir einen Vorsprung, damit das Ganze spannender wird. Du holst auf. Aufgepasst! Gut mitgedacht. Zurück auf die Suche. Ja, ein Schritt weiter. Was jetzt? Es wird Zeit, ein Pony auszup- Fluttershy kann mit allen möglichen pelzigen Freunden sprechen und sie um Hilfe bitten. Das sind sie Kruppen. Nicht schlecht! Aber es gibt keine Zeit zu verlieren. Fast geschafft! Oh nein! Es gibt keine Zeit zu verlieren. Kannst du das Objekt sehen? Schau ganz genau hin. Dann findest du, was du suchst. Gut gemacht! Aber wir müssen immer noch weiter suchen. Ja, ein Schritt weiter. Was jetzt? Mehr als nur ein Pony kann dir helfen. Hier ist etwas versteckt. Suchen wir danach. Ja! Du holst auf! Oh nein! Applejack hat einen kräftigen Tritt drauf. Ihr schneller du drückst, du hast es geschafft! Ja, ein Schritt weiter. Aufgepasst! Es gibt keine Zeit. Pinkie Pies Tanz wird böse Gestalten in eine Trance versetzen. Gut mitgedacht. Zurück auf die Suche. Du holst auf. Was jetzt? Es wird Zeit, ein Pony auszuwählen. Aufgepasst! Ein Wechselpony! Nicht schlecht! Aber es gibt keine Zeit zu verlieren. Ja! Ein Schritt weiter. Aufgepasst! Mehr als nur ein Pony kann dir helfen. Hier ist etwas versteckt. Suchen wir danach. Gut gemacht. Aber wir müssen immer noch weiter suchen. Fast geschafft! Oh nein! Es wird Zeit, ein Pony auszu... Hier ist etwas versteckt. Suchen wir danach. Du hast es geschafft! Ja! Ein Schritt weiter. Erwischt! Großartige Jagd! Wir haben es geschafft! Gehen wir nach Hause! Es passt perfekt! Holen wir uns dieses Bund-Glas-Stück! Das hier ist eine echte Herausforderung. Dafür brauchst du fünf Ponys. Pinkie Pie! Rain Ponys auf zur Rettung! Ah, Pony will! Schön, wieder zu Hause zu sein. Ein gestohlenes Fensterstück wurde gesichtet. Du kannst rennen, so viel du willst, Wechselpony. Aber den Ponys entkommst du nicht. Du holst auf. Aufgepasst! Es gibt keine Zeit zu verlieren. Ein Wechselpony! Gut mitgedacht! Zurück auf die Suche! Ja! Ein Schritt weiter! Was jetzt? Es wird Zeit! Ein... Hier ist etwas versteckt. Suchen wir danach! Großartig! Du holst auf! Oh nein! Es gibt keine Zeit zu verlieren. Ist da oben etwas? Kannst du es sehen? Schau dich ganz genau und nicht schlecht! Aber es gibt keine Zeit zu verlieren. Fast geschafft! Aufgepasst! Es wird Zeit! Ein... Eine verrückte Katze! Wie können wir nur daran vorbeikommen? Gute Arbeit! Du holst auf! Was jetzt? Es gibt keine Zeit... Oh nein! Dieses Ungeziefer blockiert uns! Gut mitgedacht! Zurück auf die Suche! Fast geschafft! Aufgepasst! Es wird Zeit! Ein... Es muss einen Weg geben, um diese Tür zu öffnen. Gute Arbeit! Du holst auf! Oh nein! Mehr als nur ein Pony kann dir helfen! Äpp! Kannst du das Objekt sehen? Schau ganz genau hin! Dann findest du, was du suchst! Wir verlieren es! Großartig! Ja! Ein Schritt weiter! Was jetzt? Es wird Zeit, ein Pony auszuwählen! Twilight's... Hier ist etwas versteckt! Suchen wir danach! Juhu! Fast geschafft! Oh nein! Es gibt keine Zeit zu verlieren! Hier ist etwas versteckt! Suchen wir danach! Du hast es geschafft! Du holst auf! Nicht so schnell! Juhu! Ihr habt das Wechselpony gefangen! Ein weiteres Buntglasstück wurde gerettet! Stück für Stück werden wir sie alle finden! Ein gestohlenes Fensterstück wurde gesichtet! Das hier ist eine echte Herausforderung! Dafür brauchst du fünf Ponys! Applejack! Rainbow Dash! Rainbow Dash! Die Jagd geht los! Holen wir uns dieses Buntglasstück! Da ist es! Lass es nicht entkommen! Fast geschafft! Aufgepasst! Es wird Zeit, ein Pony auszupfen! Diese Katze sieht richtig verrückt aus! Wir müssen schnell daran vorbeikommen! Gut mitgedacht! Zurück auf die Suche! Ja! Ein Schritt weiter! Was jetzt? Mehr als nur ein Pony kann dir helfen! Applejack! Oder? Twilight! Etwas klopft darin! Hilf diesem Pony daraus! Aufgepasst! Ein Wechselpony! Lass es nicht entkommen! Fast geschafft! Oh nein! Du kannst das wieder richtig zusammensetzen! Ich glaube an dich! Gute Arbeit! Ja! Ja! Ein Schritt weiter! Was jetzt? Es wird Zeit, ein Pony auszupfen! Ein Wechselpony! Gut mitgedacht! Zurück auf die Suche! Fast geschafft! Oh nein! Mehr als nur ein Pony! Es muss einen Weg geben, um diese Tür zu öffnen! Juhu! Ja! Ein Schritt weiter! Ja! Aufgepasst! Es wird Zeit, ein Pony! Lass uns das aus dem Weg schaffen! Gut gemacht! Aber wir müssen immer noch weitersuchen! Du holst auf! Was jetzt? Mehr als nur ein Pony! Es muss einen Weg geben, um diese Tür zu öffnen! Juhu! 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 Ja! Ein Schritt weiter! Aufgepasst! Lästige Parasproids! Du hast es geschafft! Du hast es geschafft! Fast geschafft! Oh nein! Es wird Zeit! Ist das ein Hebel? Oh nein! Zieh da ran! Gute Arbeit! Ja! Ja! Ein Schritt weiter! Aufgepasst! Es gibt keine Zeit zu verlieren! Zerstört diesen verkrusteten alten Kokon! Gut mitgedacht! Gut mitgedacht! Zurück auf die Suche! Fast geschafft! Wo willst du hin? Fantastisch! Bringen wir es nach Ponyville, wo es hingehört! Ein weiteres Stück gerettet! Gut gemacht, Ponys! Holen wir uns dieses Buntglas-Stück! Das hier ist eine echte Herausforderung! Dafür brauchst du fünf Ponys! Twilight Sparkle! Ponys auf zur Rettung! Hoch in den Lüften von Cloudstale! Nur nicht runtersehen! Ein gestohlenes Fensterstück wurde gesichtet! Die Jagd geht los! Ja! Ein Schritt weiter! Oh nein! Mehr als nur... Es muss ein! einen Weg geben, um diese Tür zu öffnen! Schneller! Schneller! Es entkommt! Fast geschafft! Was jetzt? Du kannst das wieder richtig zusammensetzen! Ich glaube an dich! Du hast es geschafft! Du holst auf! Aufgepasst! Lass das Wasser auf das Feuer fallen, wenn du da rüber bist! Gut gemacht! Aber wir müssen immer noch weitersuchen! aufpassen! Fast geschafft! Oh nein! Es wird Zeit! Ein Pony aus! Es muss einen Weg geben, um diese Tür zu öffnen! Du hast es geschafft! Ja! Einen Schritt weiter! Aufgepasst! Zerstört diese Tür! Diesen verkrusteten alten Kokon! Gute Arbeit! Fast geschafft! Oh nein! Mehr als nur ein Pony kann dir... Aufgepasst! Ein Wechselpony! Gut gemacht! Aber wir müssen immer noch weitersuchen! Du holst auf! Was jetzt? Es wird Zeit! Ein Pony! Lass einfach los, um ihn fallen zu lassen! Wir verlieren es! Lass es nicht entkommen! Fast geschafft! Aufgepasst! Mehr als nur ein Pony kann dir helfen! Rainbow Dash! Oder? Etwas klopft darin! Helf diesen Pony da raus! Du hast es geschafft! Du holst auf! Oh nein! Es gibt keine Zeit zu verlieren! Latteschei! Oder? Pinky! Oh nein! Dieses Ungeziefer blockiert uns! Oh nein! Und jetzt? Oh nein! Flatteschei! Oh nein! Nicht schlecht! Aber es gibt keine Zeit zu verlieren! Ja! Ein Schritt weiter! Aufgepasst! Keiner kann Gefahren wittern! Wie Pinky Pie! Du holst auf! Oh nein! Oh nein! Lass uns das aus dem Weg schaffen! Gut gemacht! Aber wir müssen immer noch weitersuchen! Ja! Einen Schritt weiter! Oh nein! Zu schnell für dich! Großartige Jagd! Wir haben es geschafft! Gehen wir nach Hause! Es passt perfekt! Ein gestohlenes Fensterstück wurde gesichtet. Das hier ist eine echte Herausforderung. Dafür brauchst du fünf Ponys. Twilight Sparkle! Pinkie Pie! Die Jagd geht los! Wechselponys in Canterlot? Nicht mehr lange! Holen wir uns dieses Buntglasstück! Du kannst rennen, so viel du willst, Wechselpony! Aber den Ponys entkommst du nicht! Fast geschafft! Was jetzt? Mehr als nur ein Pony kann dir helfen! Fluttershy! Oder? Lästige Parasproids! Großartig! Ja! Ein Schritt weiter! Oh nein! Zerstört diesen verkrusteten alten Kokon! Gut gemacht! Aber wir müssen immer noch weitersuchen! Du holst auf! Aufgepasst! Es wird Zeit, ein Pony aufzunehmen! Hier ist etwas versteckt! Suchen wir danach! Das sieht mir gut mitgedacht! Zurück auf die Suche! Ja! Ein Schritt weiter! Was jetzt? Mehr als nur ein... Ist da oben etwas? Kannst du es sehen? Schau dich ganz genau um! Es ist fast weg! Wir müssen aufholen! Wir müssen aufholen! Fast geschafft! Oh nein! Oh nein! Es gibt keine Zeit zu verlieren! Es muss einen Weg geben, um diese Tür zu öffnen! Juhu! Du holst auf! Was jetzt? Mehr als nur ein Pony kann dir helfen! Lotte! Hier ist etwas versteckt! Suchen wir danach! Gut mitgedacht! Zurück auf die Suche! Ja! Ein Schritt weiter! Oh nein! Es gibt keine Zeit zu verlieren! Hier ist etwas versteckt! Suchen wir danach! Ja! Fast geschafft! Was jetzt? Es wird Zeit ein Pony! Hier ist etwas versteckt! Suchen wir danach! Gut gemacht! Aber wir müssen immer noch weitersuchen! Ja! Ein Schritt weiter! Aufgepasst! Es gibt keine Zeit! Ein Wechselpony! Gute Arbeit! Gute Arbeit! Fast geschafft! Oh nein! Hm! Pinky wittert etwas! Irgendetwas stimmt hier nicht! Großartig! Großartig! Du holst auf! Nicht so schnell! Ah! Ah! Juhu! Bringen wir es dahin vor!